Wir sind die Uptown Monotons. Ich bin der Heli, das ist der Wern und der Ivory. Wir machen Musik. Nicht einfach nur Musik. Die drei Steirer sorgten mit ihrem herzerfrischenden Mix aus guter Laune und schrägem Sound für großartige Stimmung beim Saalpublikum. Und ernteten dafür natürlich auch Lobeshymnen von der Jury. Das ist innovativ. Das ist gut gemacht. Das, was ihr macht, ist genau sowas, was hierher gehört auf dieser Bühne. Gefällt mir! Beim Silo war ich mir lange nicht sicher, weil der Chart immer so ernst ist. Man weiß ja nicht so recht. Ich denke mir so, findet ihr das gerade voll scheiße? Oder Daxheim und so? Sie haben sich was Neues, Besonderes ausgedacht und das hat uns überzeugt. Das sind die Uptown Monotons. Ich habe mich voll gefreut. Wirklich voll gefreut. Das habe ich mir nicht gedacht. Wirklich cool. Nachdem wir eine sehr facettenreiche Band sind, haben wir uns gedacht, okay, die nächsten drei Minuten werden wir eine dieser Facetten zeigen. Ich werde mir eher die groovige Seite rauslassen und mit anderen Instrumenten arbeiten. Und das ist jetzt die große Chance für die Uptown Monotons. Das sind die Bühne. Das ist das. Und das ist das. Die neuste Nachricht ist langsam passé, wir berichten bald schneller als das wahre Geschehen. Informationsflow, Data-Overload, Gebt mir den Reist, ich kriege nicht genug. Immer schneller, immer höher, immer weiter muss es gehen. Ein MF ist sich abzusehen, ich weiß nicht, was ich noch glauben soll. Aber Wissen ist Macht, das aber ich kapier und ich zieh mir alles ein, was irgendwie geht. Egal ob ich's verstehe, ob's mich interessiert, mach ich schlau und schlau, immer schlau. Bin total überfordert, aber gut informiert, 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 informiert. Jetzt bin ich nicht mehr traurig, nein, nichts, was mir nicht gefällt. Ich schließe meine Augen und ich träum in meiner Welt. Die ist viel besser, bunter, billiger, wie sie mir gefällt. Total realitätslos, aber unheimlich schön. So schön. Das hab ich gut gemacht, hab ich mir gedacht. Das könnte gar nicht besser klappen, wenn ich mir so betracht. Augen fest zurem, um alles ignorieren. Gleifchen und das Wasser. Wird schon nix passieren, nur gegenwann dann bist du dran, Mann. Und sie holt dich wieder ein wie alle anderen. Bleibt kein weinen, kein jammern, dann ist es zu spät. Dann hat sie nicht wieder die Realität. Schönen guten Morgen, toll dich zu sehen. Zeit bis es wieder auf dem Boot zu stehen. Halbster Welt ist ja gar nicht so übel. Ich raffe mich auf und ergreif die Zwiebel. Voll in das Leben nichts, was mich hält. Und ich mache mich auch in eine schönere Welt. Bis ich dort bin, kann ich nicht warten. Und ich mache die meinen zu schöneren Welt. Jawoll! Schöne Welt! Aha! Schöne Welt! Yahoo! Schöne Welt! Aha! Schöne Welt! Yeah! Ja! 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 Ja mir mit gefällt. Ich schließe meine Augen und ich träume meine Welt, die ist viel besser, bunter, billiger, wie die Wiese mir gefällt. Total realitätslos, aber unheimlich schön. Schöne Welt. Die Uptown Monotones, Böschte Deppert, ich suche jedes Mal nach anderen Musikinstrumenten, es wurde auch nichts dazu gespielt, das macht es ja ganz alleine, das ist der Wahnsinn. Ja, das sind Beatboxen, man macht Schlagzeug-Sounds. Was wirklich cool ist, da gibt es auch keine Texthänger, Beats kann man schwer vergessen, oder? Ja, ich kann mich verschlucken und das schaut so nach sterben aus. Das ist nicht so cool. Es klingt aber alles gut. Wie nennt man denn eigentlich das komplette Package? Letztes Mal haben wir darüber gesprochen, so Musikstil, Musikrichtung. Also klar, ist Beatboxen mit dabei, aber einen eigenen Namen dafür gibt es ja nicht, oder? Frag uns nicht, kommt es zum Konzert. Also frag uns nicht, kommt es zum Konzert. Schwierig zu erklären. Was sagt denn die Jury? Cross, cross, cross over. Sabine, deine Meinung? Also ich hab's extrem wild empfunden erst mal und hab mich nach einer Harmonie gesehnt. Und die ist dann gekommen mit deinem Pfotshobig, Gott sei Dank. Also, Burm, es ist so viel Energie, was da auf der Bühne steht. Es tut mich total gefreut, vorhin kann man ein Konzert anschauen. Ich hab's super gefunden. Ja. Sollten wir alle einpacken und mal wieder hingehen? Arrrr. Peter. Es ist eine Facette, die im Programm fehlt. Ihr seid die einzigen, die diese Stilrichtung anbieten. Und das macht ihr perfekt. Meine Beurteilung wird positiv ausfallen. In diesem Sinne, lasst uns abstimmen zum letzten Mal heute Abend. Seine Exzellenz. Bitteschön. Total realitätslos, aber unheimlich schön. Dieses Lied kann nur von unserem Kaiser handeln. Ich gebe ein Plus. Ihr seid das beste Beispiel, dass Alter in einer Beziehung, in einer Band, keine Rolle spielt. Ihr harmoniert perfekt. Danke euch. Es war toll. Vier Plus für die Abtan Marathon. Geil gemacht. Cool. Ich freue mich riesig. Super. Gut gemacht. Gut gemacht. forever. Ich bin hier noch ein Meniker. Ich bin nicht mit drin. Andere, wenn das viel ist. Nee, aber noch nicht. Untertitelung des ZDF, 2020